Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hierbleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkeweg funktionieren. Ach, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Bis zum nächsten Mal.